So, wir machen heute mal einen Dungeon, und zwar Versteck des Piratenkönigs. Ich bin zum ersten Mal da drin, ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Unsere Feinde sollen den göttlichen Zorn zu spüren bekommen. Zeig mir den Feind! So, noch kurz warten, bis alle soweit sind. Den Tank nehmen wir auch noch. Ach komm, nehmen wir direkt alle Tränke hier, zack und zack. So, jetzt schon mal hier. Jetzt noch mal wieder, ich nombre sag, aber es ist wieder klar. So, hierher weiß ich nicht. Aufsch warmed dich. So, jetzt bin ich auf die Zorn. Da geh jetzt nicht. So, jetzt wird ich mögliche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020